Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Portal 2 Community Test Kammern Koop mit Burger. Hallo Burger. Wir spielen die Map Cubes of Destiny von 13a Boon und wir hatten glaube ich schon mal eine ziemlich gute Map von ihm, wenn ich mich richtig erinnere. Holy Frick'n Moly. Oh je. Da oben ist gerade ein Würfel getroppt. Ich habe es genau gesehen. Mit meinen scharfen Augenwind geht nichts. Wie ist hier schon wieder? Oh Gott. Achtung, hier ist ein Katapult. Pass auf. Ja! Ich glaube, ich bin schon am Ausgang. Okay, mach's gut. Ciao. Das ist ja eine kleine Map. Also wir brauchen nur vier Würfel. Und wir müssen die irgendwie durch das Desintegrationsfeld kriegen. Guck mal, hier ist schon eine verdächtige Öffnung. Ja, schon treu. Da ist noch treu. Alter, später. Hier sind überall Flächen und Öffnungen. Hier gibt es bestimmten Gravitationsstrahl, so wie die Fläche da oben hängt. Oder eine Brücke. Okay. Ja, aber das ist zu nieder. Uh. Ah ja, schau an. Boah. Ich habe was. Was ist passiert? Du hast noch was gedreht. Beschleunigung. Beschleunigung? Yeah, danke Boss. Beschleunig dich mal. Ich kann theoretisch auch dir ein Portal oder zwei. Ja, du musst es sogar machen. Da ist nämlich ein schräger Ding aufgegangen. Wo bist du? Jo. Hat's geklappt? Ja, ja. Ich habe dich gar nicht fliegen sehen. Cool, du hast einen Cube. Cube. Oh, und da ist ja voll die Pfütze da unten. Ja, ein bisschen. Komm ich da jetzt weg? Ah, Mama. Probier's aus. So viel haben wir noch nicht gemacht in deinem Level. Sprengen. Machen Sie alle. Fliege und sieg. Ich habe nicht auf die Seite. Ach. Bist du crazy? Ha. Ich bin ganz verrückt. Ja, manche kann runterkommen oder manche brauchen die Beschleunigung noch. Ja, hier ist die Tür aufgegangen. Komm runter. Hey. 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 Hier die Mapps sind ein bisschen größer und da hinten steht. Ach, scheiße. Alter. Was? Das sieht ja auch so wie ein Ei-Robot. In dieser Fabrik, wo die ganzen Robots stehen. Shit. Mäp, mäp, mäp. Oh, cool. Mäp, mäp, mäp. Geil, ich kann eine Brücke deaktivieren. Guck mal, ich habe die Macht. Wow. Da oben ist ein Schalter. Da oben ist ein... What the fuck is going on? Und hier sind Portalflächen. Links und rechts. Ist auch sehr verdächtig. Ach, und Sprengen. Ich habe eine Idee. Oh, lege ich auch. Mach das Ding auf. Ja. Aber wir müssen es auch von der anderen Seite rankriegen. Oder? Zähl es für beide Seiten. Ich denke für beide. Mach nochmal auf, mach nochmal auf, mach nochmal auf. Töten mich die... Mach auf. Ich kann nicht fliegen. Mach auf. Alter, man ist kein D-Zug. Juhi, jetzt runter. Juhi, Juhi. Du hörst ja nie von der Baustelle. Juhi, jetzt runter mit dem Kron. Oh Gott. Hier. Zwei dumme Ein-Gedanke. Ich muss hier anfangen. Oh, oh Gott. Ach, da sind mehrere Schale. Nein, ich wollte es nicht drücken. Er drückt F, F, F. Was macht das? Oh Gott, wir müssen das gleichzeitig aktivieren, Burger. Die Schalter da oben. Und dann? Dann hier hinten, dann droppt der Cube aus dem Ding aus. Und dann hier hinten war... Achso, da, das tun wir ja auch noch ziffen. Ach du holy freaking moly. Oh, die Schiezen haben wir uns. Bereit? Jop. Ähm. Jetzt! Ah! Ich glaube, man ist noch aktiviert. Ich habe es verklebt. Ja, nochmal. Da ist er. Oh. Wir haben, glaube ich, mehrmals draufgedrückt. Und jetzt wie kriegen wir die da... Wie kriegen wir den da raus? Hä? Kann ich noch hinlaufen. Nicht in der Scheibe, oder was? Ah, ich habe eine Idee. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Was ich jetzt mache. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Nee, das ist drauf. Nichts, verdammt. Wohnt. Nee, wir haben hier ja Dingsbums, was? Ja, es geht durch. Wieso uns folgen? Wie fast da? Wir können die... Ach nee, wir können sie nicht abräumen. Oh shit. Wieso haben wir die denn... Da hinten ist nochmal ein Schalter. Fucking kill me. Was? Hä, wie soll man die da rauskriegen? Das verwirrt mich. Ja, übertreib nicht. Ich weiß wie. Ich hab's. Ähm, wir müssen das blaue Gel in den Strahl irgendwie und dann den Strahl hier drüben über sie drüber laufen lassen und dann müssen wir den Strahl deaktivieren, dass das blaue Gel auf sie runterfällt. Oder? Bulbar, Bulbar. Aber das Gel geht nicht durch die Brücken durch. Nee, das geht nicht dann, oder? Ja, nee, du musst, äh... Ach so rum, wir können sie in beide Richtungen machen. Aber wie kriegen wir jetzt das Gel in den Strahl und den Strahl noch darüber? Ja, mach du mal da einen Strahl drüben hin bei den Turrets. Please. Okay, so. Ach so, ja. Ach so, ja doch. Nein, hier oben ist doch auch noch... Ja. Ah, natürlich. Easy peasy. Jetzt laden wir das ein bisschen rüberflubbern, so. Ganz cool. Bis alles abgedeckt ist und dann machen wir mal. Schwupp. Ja. Hahaha, sterbt der Noobs. Wie sie schreien. Oh, es steht aber, wenn wir den würfeln. Das waren alle, oder? Ja. Und wie kommen wir jetzt so... Auch mit dem Strahl... Ach, da ist Boden. Ich hab gedacht, da kann man gar nicht laufen. Was macht der Knopf? Du weißt es nicht noch. Nein. Auf jeden Fall ist hier unten dran aber ein Quadrat. Also, falls wir irgendwo nochmal ein Quadrat sehen, dann hat der hier das bewirkt. Okay, wir haben einen Würfel mehr. Ach, hier das Quadrat. Schau, da haben wir jetzt die Dingsfläche ausgemacht, glaube ich. Ah, clever. Wie der Würfel hier drin liegt. Das ist halt auch nicht schön. Das ist doch wohl der Stress, diesen einen Würfel zu holen, ne? Ja, das brauchen wir noch ein paar, ne? Ja. Was hat das sonst gemacht? Was? Weiß nicht. Wir können ja den jetzt mal nehmen und hier noch reinlegen, weil das sieht so aus, als müssten ja zwei rein. Das ist hier wieder eine Flächenschrei geworden. Wo? Waren wir da oben schon drin? Ne, da waren wir noch nicht drin, ne? Da waren wir noch nicht drin. Okay. Dann fahre ich wieder Aufzug. Aufzug? Ach so. Ah doch, hier für die, was? Ja. Ups. Oh. Ähm. Ach so, aber ich kann von hier nicht die Fläche beschießen. Shit. Ja, warte, flieg mal, flieg mal ne Runde. Ich muss... Ach so, aber ich komm nicht in den Aufzug, ohne dass ich die Felder auflöse. Ah, tricky. Ah. Hä? 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 Hm. Crazy. Wie machen wir jetzt das? Das verwirrt mich jetzt. Zum ersten Mal bin ich jetzt richtig verwirrt heute Abend. You drive me crazy. Und da ist aber schon der Würfelbehälter. Das sieht man schon von hier. Das ist zum Greifen nahe. Als ob. Oh, da ist eine Portalwand, glaube ich. Pass mal auf. Das können wir ein bisschen backen. Oh nein, ich muss richtig springen. Habe ich es geschafft? Nope. Vielleicht ist es auch nur ein Licht. Das könnte auch sein. Ja, ich glaube, es ist nur ein Licht. Ey, wir haben hier ja... Sprung, geh. Können wir das da hin? Das könnte ich auch hin. Aber es funktioniert nicht mehr, oder? Du kommst jetzt auch nicht, gell? Aber mal, das Rätsel hat man doch schon mal in so ähnlicher Form, oder? Long, long, sehr. Wenn du dein Portal dahin legst. Achso, das bringt ja nichts. Geht ja nicht. Geht ja nicht. Ich depp. Oh, fuck. Das geht ja nicht. Ah, das geht ja gar nicht. Oh, shit. Nein. Fuck. Das wollte ich nicht. Komm ich hier oder weg? Ja. Hm. Hm. Ich meinte, wir müssten uns irgendwie den von da drin, den Strahl holen. Weißt du, den Gravitations... Hm. Ich geh mal kurz rein. Weil wir haben ja das Ding ausgeschalten, weißt du? Das heißt, wir können uns ja hier bedienen, quasi. Wir können auch blaues Gel. Falls wir blau... Sprunggel. Wir können alles. Wir haben alles zur Hand hier. Außer Brücken. Hm. Nein, nicht depp. Hä, warum ist das jetzt nicht mehr schräg? Ach so, weil... Ah. Ah. Ah, jetzt geht der Strahl aus. Oh, nö. Wir müssen deine Portalfläche hinlegen, oder? Ja? Deine Portalfläche. Ah, ja, okay. So, und nun? Ja, jetzt musst du da nur noch irgendwie reinkommen, oder? Du, du, hier, komm runter. Komm runter, ich hab's, ich hab's. Komm runter, komm. Komm. Komm, 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 komm. Da hinten, hellblau oder irgendwas. Und da oben, dunkelblau oder irgendwas. Und dann schon. Und dann schon. Drop it like it's hot. Yeah, baby. Oh nein. Zu früh raus. Ich trottel. Yeah. Ich weiß doch nicht, ob das... Die offizielle Methode ist, aber... Hä? Du bist ja da? Ja. Oh, lol. Jetzt hab ich gedacht, ich bin der Hild. Jetzt bist du der Hild. Du hast ja rausgefunden, wie's geht. Mit dir spiel ich nimmer. Mann, zähl ich dich beinahe zerquetscht. Zerquetscht werde ich für nie geh. Ja, können wir uns die drei Würfel schon nehmen und mit rüber? Ja. Immer raus. Genau, ich glaub, das ist der nächste Schritt. Oh, nee, Achtung! Hoppsala! Hä? Welcher war das jetzt? Der letzte. Glaub ich, ja. Das war der letzte mit dem Portalstrahl. Okay, zum Glück ist er noch aktiviert. Darf ich jetzt der Hild sein? Ja, sei der Hild. Nachdem ich's wieder verkackt hab. Yes! Und du hast recht, das war der. Moonboon rettet den Tag! Das heißt jetzt aber, wir üben jetzt mit dem, weil er ist mit Abstand am einfachsten zu holen. Ja. Das heißt, du musst dann vorher schon troppen. Drop it like it's Würfel. Yeah. Oh, ich beinahe wäre er noch in das Ding reingeflogen. Ah, das wär zu cool gewesen. Einladen hier. Mensch, ich kann das auch. Ähm, wenn du vorsichtig bist. Ich hab ein bisschen Angst, ganz ehrlich gesagt. Was ist Vorsicht? Dropped. Warum hast du nicht gedropped? Ja, weil ich eh gedrückt hab und es nicht versiert ist. Fuck. Welcher Art ist? Ich hab echt gedrückt. Ich glaub, das war der da hinten drin. Ich weiß gar nichts mehr von dem Level. Wo bin ich? Wer bist du? Ah, gib ihn mir! Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich guck mal nach. Ja, das war der hier. Easy peasy. Ja, weißt du, wenn hier alle Turds tot sind und so, das ist easy. Easy, easy. Ganz einfach einlaufen. Ja, ich kann die Würfel rausholen. Easy. Und da oben liegt noch der nächste auf dem Lager, falls wir es wieder verkacken. Ja, du machst das jetzt. Ich vertraue dir. I'm so crazy in love, baby, baby, baby. I'm so crazy in love. Ey, wie lange kann man brauchen, um Würfel zu holen? Olle, gibt's ja schon mal ein Fränker oder was? Du kleiner, dicker Roboter. Oh. Ich hab ihn getroppt, da war ich mitgeflogen. Richtig, merkst du was? Ich hab Videobeweis. Kennst du schon? Ja. Okay. Wir dürfen nur den letzten nicht verspielen. Wir müssen ihn... Wann droppen wir ihn am besten? Früher. Wo haben wir denn den ersten hergehabt? Von da oben. Ah ja, das war auch einfach, oder? Ah ja, das war ja das Einfachste. Also komm. Jetzt hat jeder einmal verkackt. Alter! Toll, jetzt fliege ich vor dem Feld runter. Was ne Kacke, he. Echt. Ja, warte, dann lege ich den doch nochmal rein. Und renne auch nochmal. Wir machen's ein nach dem anderen. Was für ein Scheiß, ey. Sonst müssen wir zwei wiederholen. Muss ich ja direkt einen Schluck Wasser trinken. Du Schluck. What? Oh, so ein Powers-Fader. Sag mal, gewittert's draußen? Ne, das ist das Sprunggel. Was? Du, es wäre mal geil, wenn's mal gewittert wird. Mir läuft der Saft am Arsch runter. Das kann ich dir gar nicht vorstellen. Hast du Arschwasser? Ja, Arschwasser. Ich spring jetzt, Burger. Ja. Respekt. Also, du hast schon zwei von drei geschafft. Dann machst du den letzten auch noch. Wop, wop, wop. Ich hab' den Trick raus. Okay, Bro. Irgendwas ist passiert. Das Feld ist aus. GZ. Und hier ist ne Brücke. Nice. Wir haben ne Bridge. Bridge, bitch. Bridge, bitch. It's bridge, knee, bitch. It's bridge, knee, bitch. Die können wir sogar hier oben hinlegen. Bringt uns das was? Das Feld ist eh offen. Ach, guck mal. Okay. Oh, wir brauchen vier Würfel. Du, ich brauch dich, bitte. Ich hab's schon durchschaut. Selber Trick, wie gerade eben. Wo bist du? Hier oben. Leg mal bitte hier wieder einen Hellblaus und da oben bitte wieder einen Dunkelblaus. Was? Was machst du? Du bist ja nicht fertig. Was? Das hast du jetzt von da hinten. Du faules Stück. Du fauler, fetter Roboter. Bleib der da hinten stehen. Wir brauchen aber vier Würfel, ne? Ja, hier ist ja der Erde, fetter Roboter. Ach, da, ah. Ich brauch nur ne höhere Brücke. Hä, oder? Es geht nicht, oder? Warum bauen sich jetzt so rum in der Brücke? Ja, oder ich brauch hier nen Würfel zum draufstehen. Aber dann geht das Feld wieder an. Das geht nicht. Ich brauch dich zum draufstehen. Nein. Ne, warte, ich geh runter und mach die Brücke anders. Geht aber nicht höher an. Ach so, stimmt nicht, ich bin ja an seinem Boden. What the fuck is this? Warum geht das nicht? What the fuck? Hä, lass mich nochmal probieren. Du musst doch nen Trick geben. Oh Gott, wie's wackelt. Wop, 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 wop. Ja, da waren wir drin. Wir waren jetzt überall außer der da oben, gell? Vielleicht kannst du dir doch einen fucking Würfel mitnehmen. Aber das geht... Achso, doch, ja. Macht ja nichts, macht ja nichts. Okay, warte, ich nehme mir einen mit. Ja, das wird, denke ich, die Lösung sein. Es sei denn, er bau uns jetzt hier halt auch so rum. Ja, oh ne. Shit. Mich haut's runter, wenn ich versuche, auf den drauf zu stehen. Ah, jetzt zieh's. Hühe! Ich weiß, ich glaube, wir brauchen alle drei. Ich glaub's auch. Willst du mich verarschen? Och Gott, mimme mir echt. Das sind so nervige Einlagen und so games. Die werden wir wieder alles rüberbringen. Und nachher werden sie wieder alle desintegriert. weh du springst weg, weißt, siehst du, wenn du meine Käfer anmachst, bouncest es bei dir auch so, bei mir leckt es total, weißt, hoch und runter, als würde die Brücke gleich in sich zusammenbrechen, da bouncest gar nichts, ich glaube dein Schniedel bouncest, Alter, wie soll ich das jetzt machen, ich verkack's eh, ich komm, ich komm auf den, nicht drauf, weißt du, wie das hier wackelt, Alter, willst du mich verarschen, aber ich mag gar nichts, wie gut ist das, oh, oh, nicht, nicht, ja, 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 du kommst doch nicht zu mir rein, du hast es erst da unten, ja, du kommst zu mir rein, wie nice wär's, wenn du jetzt alle drei direkt da reintreffen würdest, das wär, das wär legendär, legendär, warte, hey, aber, jetzt mal eine andere Frage, wie soll man die denn alle drei, äh, einer nach dem anderen dann da oben reinkriegen, ich muss die, ich muss die nicht da troppen, ich muss die hier unten troppen, nein, quatsch, ich bin zur Hose, wir haben doch da oben ein Feld, ja, eben, ich mach dir dann da oben ein Portal vor mir, ich hab doch eins, ich hab doch das Rote, ich troppe jetzt einfach hier und mach unten ein Gelbes und lauste, ich hab jetzt alle hier runter, weißt du, ich muss nur aufpassen, dass wir nicht ins Desintegrationsfeld reinfallen, Oh Gott, safe, oh Gott, safe, oh nein, der eine liegt da drüben, fuck, der ist ja einfach, was hab ich oben, rot, gell, bei dir, äh, sie, okay, ich bringe dir jetzt einfach, ich wirf dir das rein, so, ja, aber nicht so doll, ne, ne, ich lasse fallen, Ich lasse fallen, Alter, das haben wir gerockt, das Level, ich glaub, es gibt kein Level, was wir nicht rauskriegen, Burger, wir sind die Brains of the Brains, der Burger, der Burger und das Brain, 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 ich hab mich jetzt einfach mal als Brain bezeichnet, hey, wo ist der hin, da ist alles da, oh Gott sei Dank, der ist so weggespastet, nein, das war nicht clever, Ja, aber ich wär sonst nicht rübergekommen, oder? Hä? Und nun? Oh Mann, Entschuldigung, Herr Moonboon, Sie sind doch nicht sprayen, ja, wie willst du jetzt wieder hier hochkommen? Ich brauch wieder drei Würfel unten. Richtig, und wie soll ich dir das jetzt geben, ohne es kaputt zu machen? Fuck! Oh nein! Aber theoretisch haben wir es geschafft. Theoretisch haben wir es, wir wissen ja, wie es geht jetzt, das ist jetzt nur noch Fleißarbeit, das brauchen wir ja sicher machen, oder? Nee, beim besten Willen nicht. Kack, Boon! Ähm, ja, da geht gar nichts. Doch! Stopp, stopp, mach nix, weg von deiner Maus, mach nix. Du willst hier weggekommen? Alter, leg, mach genau, was ich dir sag, dann haben wir noch eine Chance, okay? Mach hier ein dunkelblaues, nein, oh Gott, doch, ich glaub ein dunkelblaues. Ich hab da draußen noch eins. Ja, du hast nämlich noch das hellblaue da draußen. Da oben, stimmt. Jetzt gucken wir, ob wir das irgendwie nutzen können. Wir können ja hier wieder eine Treppe bauen. Was ist draußen? Hellblau, ne? Aber krieg ich... Rechte Maustaste. Krieg ich den Würfel da hoch? Irgendwie? Das ist halt die andere Sache. Ich glaub, das geht trotzdem nicht. Wie ist der? Kann ich nicht einfach hier reinstehen? Ne. Ich krieg ihn... Krieg ich ihn hoch, Berger? Das ist die Frage. Krieg ich ihn hoch? Das ist die alles entscheidende Frage. Mit den richtigen Filmen bekommen wir alles hoch. Ich hab die Brücke zu meiner Verfügung. Und ich hab die... Schwerkraft-Dings, theoretisch. Ne? Krieg ich ihn mit Schwerkraft? Hm. Ich glaube, nein. Oh, Mann. Jetzt haben wir uns selber noch ein Rätsel gestellt am Schluss. Geil. Geile Aktion. Ja, aber rein theoretisch, wir wissen ja, wie es geht. Ich würd sagen, wir haben es gewonnen. Was sagst du? Schwierig, schwierig. Ähm. Na, ich kann eine Chance mehr. Fuck! Kann ich dir die... Warte. Ah, du kannst sie mir durchwerfen. Oh, jetzt muss ich sie aber... Oh, warte. Mach langsam. Mach langsam. Was mache ich jetzt damit? Jetzt muss ich sie wieder rüberbringen, ne? Ja, drei Stück brauchst du drüben jetzt. Ja, dann warte. Oh Gott, jetzt muss ich sie wieder droppen, wenn ich rüber spreche. Ja, dann warte ich wieder rüber. Das wird hier für eine so unvollendete Tatsache. Warte, nix machen. Nix machen, Burger. Nix machen. Oh, oh. Okay. Ich muss den jetzt fangen. Weil nebendran ist das Desintegrationsfeld. Das ist sehr knifflig hier. Okay, einen brauche ich noch. Oh. In my face. Das habe ich jetzt genug geübt hier. Oh, echt? Ich bin schon fast stolz auf dich jetzt. Okay. Uh. Nice and easy, hä? Aber jetzt brauchst du trotzdem wieder die Scheißbrücke, ne? Ah, die hole ich mir halt. Kein Thema. Ach, die ist ja da hinten, stimmt. Die gibt's da easy peasy holen. Die gibt's hier easy peasy schlau easy. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich sie... Ach so, bei dir oben hin, ne? Ach so, du kannst schon marschieren jetzt. Marschieren? Ach so, ich kann jetzt... Was? Du laufst unten zu meiner... Du, du bist... Buddyjack! Du bist ein Cockblocker, echt? Jetzt muss ich die Würfel wieder nehmen und rüber tragen, oder? Rüber zu meinem blauen rein. Aber dein blaues ist weg. Ach so, die Scheiß, stopp. Äh, mach die Fläche nochmal an hier. So, jetzt. Ja, nee, das ist ja sinnlos. Das ist ja echt schade, äh, das ist jetzt... Nee, nee, ne, Berger. Nee, stimmt. Ich bring's dir rein über die Brücke. Was? Äh, nee, warte, du brauchst die... Doch, hier, hier. Hä? Hä? Easy peasy. Ja, voll easy peasy. Kein Umwegschlau easy. Ja, richtig. Oh, man. Weniges haben wir dafür als noch eine elegante Lösung gefunden, oder? Komm, verkackte letzten Wochen. Komm, verkack ihn. Das war's doch jetzt, wer. Ich glaub, es ist einfach in das Desintegrationsfeld. Oh, man. Oh, man. Oh, man geht's nicht auf. Okay. Nice. Sportjarten! Was ist euer Beruf? Oh! Portal. Oh, jetzt dürfen wir bewerten auf einmal. Von 13a Boon. Cubes of Destiny. Okay, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Bitte denkt dran, das Video zu kommentieren, zu bewerten. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon. Ich bin Burger. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.